Sie sind hier, 20. Dezember 2018, 8.40 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, vor dem FCK betreute Sascha Hildmann in der 3. Ja bereits die SG Sonnenhof-Großerspach-Urheberrecht gett die Images der Abstand des 1. FC Kaiserslautern auf einen direkten Aufstiegsplatz ist gewaltig. Trotzdem glaubt Coach Sascha Hildmann noch an das Ziel 2. Liga. Kaiserslauterns neuer Trainer Sascha Hildmann hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dem FCK noch nicht abgehakt, ich lasse es nicht zu, dass jemand aufgibt. Die 3. Liga ist so ausgeglichen, da musst du in jeder Partie hellwach sein, sagte der 46-Jährige dem Kicker, die Mannschaft hat ein großes Potenzial, allerdings beträgt der Rückstand der Pfälzer auf die beiden direkten Aufstiegsplätze bereits 13 Punkte. Hildmann hatte den FCK Anfang Dezember übernommen und in seinen ersten beiden Spielen 4 Zähler geholt. Ich bin überzeugt von dem Kader und will das in Ergebnissen zeigen, sagte er von Sportinformationsdienst.